Die Prozesssteuerung ist eine zentrale Aufgabe für Prozessverantwortliche und Führungskräfte. Aber viele tun sich mit der Prozesssteuerung wirklich schwer, vor allem in der Umsetzung als regelmäßige Führungsaufgabe. Damit Sie einen großen Schritt bei dem Thema weiterkommen, erkläre ich in diesem Video Schritt für Schritt, warum es bei der Prozesssteuerung geht und wie Sie das in Ihrem Unternehmen umsetzen können. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Starten wir zuerst mit einem Überblick über die drei wichtigen Schritte bei der Prozesssteuerung, um dann später im Video auf die Details, die konkrete Ausgestaltung und die praktische Umsetzung der einzelnen Schritte einzugehen. Schritt Nummer 1, aus den Unternehmenszielen Prozessziele ableiten. Schritt Nummer 2, die Erreichung der Prozessziele beobachten und messen. Und Schritt Nummer 3, reagieren je nach Situation. Schritt Nummer 3, schauen wir uns als Schritt 1 das Ableiten der Prozessziele aus den Unternehmenszielen an. Oder besser gesagt, die Anforderungen an den Prozess, die mit den Unternehmenszielen in Einklang stehen müssen. Warum sage ich das jetzt so seltsam? Weil es fast immer Anforderungen an den Prozess gibt, die kein explizites Gegenstück in den Unternehmenszielen haben, zumindest nicht in den formulierten. Denn Unternehmensziele sind oft stark fokussiert auf drei bis fünf Kernziele und viele andere Ziele werden stillschweigend vorausgesetzt. Typisches Beispiel, die Compliance-Anforderungen an den Prozess. Der Prozess muss den geltenden gesetzlichen Regelungen entsprechen und das ist so grundlegend, dass Compliance-Anforderungen in vielen Unternehmen nicht explizit als Unternehmensziel erwähnt werden. Und trotzdem sind sie einzuhalten und damit eine Anforderung an den Prozess. Daher stelle ich Ihnen jetzt meinen Vorschlag vor, wie man damit umgehen kann. Als erstes unterteile ich die Anforderungen an den Prozess in vier Quadranten. Auf der x-Achse unterscheide ich zwischen qualitativen und quantitativen Anforderungen. Und auf der y-Achse unterscheide ich zwischen Anforderungen an die Effektivität und die Effizienz. Was hat es jetzt damit auf sich? Qualitative Anforderungen sind beschreibender Art. Zum Beispiel erfüllt der Prozess gesetzliche Anforderungen. Das lässt sich jetzt schlecht in Zahlen ausdrücken, denn das muss man wirklich überprüfen. Womit wir schon bei den quantitativen Anforderungen sind, die lassen sich nämlich sehr gut messen und in Zahlen ausdrücken. Zum Beispiel die klassische Durchlaufzeit oder die Ausschussquote sind Beispiele für quantitative Anforderungen. Bei der y-Achse unterscheide ich die Anforderungen an die Effektivität und die Effizienz. Bei der Effektivität geht es darum, ob überhaupt das gewünschte Ergebnis erreicht wird. Weil man also sprichwörtlich einen Effekt erzielt wird. Bei der Effizienz hingegen geht es darum, ob das gewünschte Ergebnis mit dem geringsten Mitteleinsatz erreicht wird. Und dazu ein einprägsames Beispiel. Wenn ich ein Bücherregal eines schwedischen Möbelhauses nicht zusammenbauen kann, weil die Anleitung ich nicht verstehe, dann erreiche ich nicht das gewünschte Ergebnis. Ich erziele also keinen Effekt. Und dann bringt es auch überhaupt nichts, wenn meine Frau mit der Stoppuhr neben mir steht und mir sagt, dass ich das Regal schneller zusammenbauen soll. Denn erst wenn ich in der Lage bin, das Regal überhaupt zusammenzubauen, dann macht es Sinn, die Dauer des Zusammenbaus zu messen. Und so ist es auch hier. Solange ein Prozess nicht effektiv ist, also das gewünschte Ergebnis überhaupt nicht erreicht wird, brauche ich mich um die Effizienz überhaupt nicht zu kümmern. Soweit die Erläuterungen zur Matrix. Jetzt verorten wir mal gemeinsam Beispiele in die jeweiligen Quadranten. Starten wir mit Qualität und Effektivität. Hier sind folgende Anforderungen denkbar. Entspricht das Prozessergebnis überhaupt der Kundenanforderung? Überspitzt ausgedrückt, der Kunde will Würfel und Sie fertigen Kugeln. Was sich jetzt komisch anhört, kommt in der Praxis öfter vor, als was Sie denken. Denken Sie an unpassende Angebote oder an Missverständnisse in den Anforderungen an eine Software oder an Excel-Tabellen, die der nachfolgende Mitarbeiter erst umständlich umformatieren muss oder an jegliche Art von Bauschäden bei Neubauten oder, oder, oder. Ich könnte jetzt noch hunderte von Beispielen aufzählen. Die zweite Anforderung in dem Bereich ist das Thema Compliance. Erfüllt der Prozess alle gesetzlichen und innerbetrieblichen Vorschriften? Beispiele sind hier der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter, der Umweltschutz oder ähnliches. Wenn Sie nur deshalb wettbewerbsfähig produzieren können, weil Sie eher ab Wasser, ungekält in den nächsten Bach leiden, dann ist Ihr Prozess nicht effektiv. Und jetzt denken wir mal an die pharmazeutische und chemische Industrie in den weniger entwickelten Ländern Asiens. Dritter Punkt für diesen Quadranten ist einer meiner Lieblingspunkte. Läuft Ihr Prozess personenunabhängig stabil? Oder läuft er nur deswegen, weil ein bestimmter Leistungsträger mit seinem Spezialwissen und seiner langen Erfahrung sich wirklich reinhängt? Und was passiert, wenn dieser wertvolle Mitarbeiter mal ausfällt oder keinen Bock mehr auf den Laden hat und kündigt? Sie sehen, alle Punkte in diesem Quadranten sind zentrale Anforderungen an einem Prozess. Und oft sind diese Punkte eben nicht explizit in den Unternehmenszielen genannt. Schauen wir uns jetzt den Quadranten mit qualitativ und effizient an. Hier ist einer ganz besondere der Punkte. Werden die festgelegten Prozessstandards eingehalten? Diesen Punkt muss man wirklich hervorheben. Also entspricht der gelebte Prozessablauf der festgelegten Vorgehensweise. Das ist immer dann ganz wichtig, wenn zum Beispiel eine Prozessverbesserung umgesetzt wird, sich der Prozess also ändert. Denn sehr oft fällt man dann wieder in die alten Arbeitsmuster vor der Verbesserung zurück und diese Verbesserungsarbeit verpufft letztendlich. Speziell bei Mehrschichtbetrieben oder mehreren Bearbeitern der gleichen Sache kann es eine echte Herausforderung sein, Veränderungen des Prozesses in allen Schichten bei allen Mitarbeitern fest zu verankern. Das ist auch alle nach der neuen Methode dann den Prozess ausführen. Auch im Büro ist es ein ganzes Stück Arbeit und Anleitung notwendig, Prozessstandards bei den verschiedenen Tätigkeiten einzuführen und zu verankern. Jeder hat so seine persönliche kleine Handschrift, wie er zum Beispiel Angebote erstellt, wie er Texte für irgendwelche E-Mails verfasst oder ähnliches. Denken Sie daran, wenn Sie Prozessstandards haben, die wollen auch entsprechend umgesetzt und gelebt werden. Schauen wir uns die quantitativen Quadranten an und hier als erstes den zur Effektivität. Messbar sind die erstellten Produkte und Leistungen, also das Output-Volumens des Prozesses. Und wenn die vorgegebene Stückzahl nicht erreicht wird, dann ist der Prozess nicht effektiv. Das gilt jetzt nicht nur für Massenproduktion, wie bei Schrauben oder Kohlerflaschen, sondern eben auch für Projekte. Wenn Sie ein Küchenstudio sind und betreiben und die von den Kunden geforderte Anzahl an Küchenprojekten nicht umsetzen können und dafür dann Wartezeiten haben die nächsten acht Jahre, dann haben Sie ein Effektivitätsproblem. Zu den quantitativ messbaren und die Effektivität beeinflussenden Anforderungen zähle ich auch die Ausschussraten. Warum? Weil jeder Ausschuss das Endprodukt unbrauchbar macht oder sogar ganz zerstört. Es gibt bei 100% Ausschuss kein einziges fertiges Produkt. Damit haben Sie einen komplett ineffektiven Prozess. Bleibt doch der letzte Quadrant quantitativ messbar und die Effizienz beeinflussend. Jetzt haben wir die klassischen Prozesskennzahlen wie Durchlaufzeit, Bearbeitungszeit, Prozesskosten usw. Mit den vier vorgestellten Quadranten sollte es jetzt möglich sein, alle Anforderungen an einen Prozess sinnvoll abbilden und auch die Anforderungen unterzubringen, die keine direkte Entsprechung in den Unternehmenszielen haben. Jetzt haben Sie damit ein Werkzeug, wo Sie wirklich die Unternehmensziele, die wirklich bekannt sind, übersetzen können in die Quadranten und auch ergänzen können um die Punkte, die eben keine explizite Erwählung in den Unternehmenszielen haben. Aber Sie dürfen natürlich auch nicht nur die Anforderungen aufnehmen, Sie müssen natürlich auch einen Zielzustand zu der jeweiligen Anforderung festlegen. Bei der Durchlaufzeit wäre das zum Beispiel Stunden oder Tage. Bei den Compliance-Anforderungen im Bereich Umwelt würde man zum Beispiel sagen, die TA-Luft ist vollumfänglich eingehalten. So etwas muss man festlegen. Und damit hätten wir im ersten Schritt die Definition der Ziele und Anforderungen an den Prozess abgeschlossen. Und das war eigentlich auch schon die größte und wichtigste Baustelle. Kommen wir zum zweiten Schritt, der auch ganz wesentlich im Alltag von Führungsverantwortlichen und den Führungskräften ist. Vor allem auch bei den Prozessverantwortlichen. Die Einhaltung oder Erreichung der festgelegten Anforderungen an den Prozess sind zu überwachen. Und zwar regelmäßig und laufend. Und genau hier scheitert es eben ganz oft, weil unklar ist, wie man das in der Praxis nur machen soll. Weil die notwendigen Werkzeuge dafür fehlen oder sich der Verantwortliche nicht die Zeit nimmt oder nehmen kann, diese Überwachung systematisch zu leisten. Aber auch hier hilft uns wieder diese Vier-Felder-Matrix aus dem ersten Schritt. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt hier? Im Quadranten qualitativ und effektiv ist meine Empfehlung die Überprüfung. Überprüfung ist im Gegensatz zur Beobachtung das aktive Hinterfragen und Abgleichen von Soll zum Ist. Die Einhaltung von Gesetzen muss man echt überprüfen. Und man kann sie nicht nur beobachten. Auch die Kundenanforderungen muss ich aktiv mit meinen Kunden klären, also das Gespräch suchen und das wirklich miteinander besprechen und mein Produkt dahingehend überprüfen, ob diese Anforderungen erfüllt werden oder nicht. Und das Prüfergebnis ist dann eben eingehalten oder nicht eingehalten. Beim Quadranten effizient und qualitativ empfehle ich die Beobachtung durch Gempervox. Das ist ein bewährtes Beispiel, um die Einhaltung von Prozessstandards wirklich sicherzustellen. Und wer sich zum Thema Gempervox genau informieren möchte, für den habe ich hier auch das passende Video dazu. Die beiden anderen Quadranten, nämlich quantitativ und effektiv wie auch quantitativ und effizient, bieten sich für eine Überwachung anhand von Kennzahlencockpits an. Diese sollten natürlich möglichst aktuell sein. Wenn diese Kennzahlencockpits einmal aufgebaut sind, sind sie natürlich die leichteste Art, die Anforderungskontrolle durch die Führungskraft. Daher lohnt es sich wirklich, seine Daten im Unternehmen in den Griff zu bekommen und zu organisieren. Unterschätzen Sie nicht den Goldschatz, den Sie in Ihren Daten im Unternehmen haben. Sie müssen ihn nur organisieren und heben. Und zum Thema Daten, Datenmanagement, Data Governance und Co. finden Sie hier auch deutlich mehr Input noch. Kommen wir zum dritten und letzten Schritt der Prozesssteuerung, dem Reagieren auf Abweichungen. Als erstes müssen Sie die Abweichungen bei der Effektivität in den Griff bekommen. Machen Sie diese Abweichungen zum zentralen Agendapunkt in Ihren Morgenbesprechungen und fördern Sie die Mitarbeit und die Ideen aller Ihrer Mitarbeiter. Erst wenn diese Problembereiche der Effektivitätsanforderungen gelöst sind, kümmern Sie sich bitte erst dann um die Effizienzprobleme. So bauen Sie nämlich eine tatsächlich funktionierende Prozesssteuerung als Prozessverantwortlicher bzw. als Führungskraft auf, die Sie einfach besser schlafen lässt. Weil Sie vom ständigen Feuerlöschen wegkommen und endlich proaktiv reagieren können. Wie denken Sie jetzt über die Matrix und das Verorten der unterschiedlichen Anforderungen an eine systematische Prozesssteuerung aufzubauen? Schreiben Sie mir Ihre Gedanken in die Kommentare dazu. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder